Sehr viele Kornkarten für mich getroffen. Aber guck mal, das Bärchen hat mich jetzt ganz aus dem Konzept gebracht. Jetzt muss ich mal so plizent gucken. Oh ja, oh ja, oh, 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 halt immer noch mal eins, du hast völlig recht. Ich weiß nicht, ob das bärenfrei ist. Du hörst jetzt mal die Ohren zu, bitte? Komm mal, du setzt dich mal hier hin. An die Bass drum. Ist das gut? Da weiß er gleich, was sagt. So, wir geben. Ja, es ist so, wir haben einfach jeden Abend so einen geilen Abend, ne? Dass wir dann immer irgendwie feiern müssen. Ich verstehe das nicht. Wenn man steht, also man kratzelt morgens aus dem Tourbus und sagt, oh, heute Abend geh ich sofort ins Bettel, ich geh sofort ins Bettel. Ich schmier, ich schmier, ich schmier, mein Tee oder so. Die Show ist vorbei, der Rest ist vorbei, wir sitzen am Bus. Und dann ist es im Leben ganz feinbar. Und dann bin ich traurig oder sowas. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, was ich nicht verleihen. Ich bin ja zum nächsten Mal. Wie die Jana. Ja, ich denke auch. Schön ist, wenn immer die anderen schuld sind. Es leicht. Ihr seid schuld, ihr... 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 Schlechter Einfluss. Meine Mutter hat immer gesagt, es ist schlechter Einfluss. Nein, ihr Lieben, es gibt einen jungen Mann, der hat eine ähnliche Schwäche. Vielen Dank.